Gesetzliche Altersrente Gesetzlich Rentenversicherte können oftmals zwischen verschiedenen Rentenarten wählen. Allerdings ist es wichtig, sich vorher genau zu überlegen, welche Altersrente individuell am besten wäre. Rentenversicherte, die in den Ruhestand wechseln, können vor dem Rentenantritt zwischen besonderen Arten von Altersrenten wählen. Neben der normalen Rente, der sogenannten Regelaltersrente, mit der sie ohne finanzielle Abstriche in den Ruhestand gehen, gibt es zum Beispiel auch die Rente mit 63, hier können sie mit oder ohne Abschlag ihren Lebensabend genießen. Mögliche Einbußen richten sich nach Alter und Versicherungszeiten. Allerdings sind sie an ihre Entscheidung gebunden, sobald der Rentenbescheid bindend wird. Haben sie sich für eine Rente mit Abschlägen entschieden, können sie diese später nicht einfach in einer ohne Abschläge umwandeln. Darauf weist die Arbeitsgemeinschaft Sozialrechts des Deutschen Anwaltvereins, DAF, hin und beruft sich auf eine Entscheidung des Bayerischen Landessozialgerichts, Amtszeichen, L1 R 429 15. In dem Fall beantragte ein 1951 geborener Mann zunächst Altersrente nach Altersstallzeit Arbeit. Die Rentenversicherung informierte den Mann, dass er diese Altersrente mit Abschlag frühestens ab August 2014 beanspruchen könne. Daraufhin teilte er mit, dass er ab August 2013 eine Altersrente für Langjährige versicherte mit einem Abschlag von 10,8% in Anspruch nehme. Info, mehr als 2 Millionen Menschen in Deutschland erhalten eine Altersrente nach Altersstallzeit oder Arbeitslosigkeit. Das Mindestalter liegt bei 63 Jahren. Diese Altersrente wurde ihm gewährt, der Rentenbescheid wurde bindend. Im Juni 2014 beantragte der Mann dann die abschlagsfreie Rente für besonders Langjährige versicherte. Dies lehnte die Rentenversicherung ab, da er bereits eine Altersrente beziehe. Ein Wechsel in eine andere Altersrente nach Binden der Bewilligung eines Rentenbescheids sei ausgeschlossen. Vor Gericht hatte der Mann keinen Erfolg. Zwar hätte er grundsätzlich einen Anspruch auf Altersrente für besonders Langjährige versicherte gehabt. Allerdings komme ein Altersrentenwechsel nach Binden der Bewilligung einer Rente wegen Alters nicht mehr in Frage. Der Bescheid sei bestandskräftig und bindend geworden. Da auch eine Rücknahme des Antrags nicht mehr möglich sei und ein Vertrauen auf den Fortbestand der Möglichkeit eines Wechsels von einer Altersrente in eine andere Altersrente nicht geschützt sei, bleibe es bei der festgestellten Altersrente. Hier geht's zum Rentenschätzer. Berechnet die zu erwartende Rente mit nur drei Eingaben. 2